Den Stilen meiner Bilder zu beschreiben, das ist in mehreren Büchern Kunsthistorikern bisher nicht gewonnen. Es ist weder expressionistisch noch es ist impressionistisch im reinen Sinne des historisch Gemeinten. Es ist eine Annäherung an dem, was wir glauben Realität zu nennen. Und es ist eine Hinterfragung dieser Realität. Freie Nacht nach So Rary Fields Forever von den Beatles, nothing is real. Und was ist das Besondere an deinen Bildern? Naja, das was augenfällig ist, das Pastose. Dass wenn man nah an die Bilder herantritt, man einem Chaos gegenübersteht. Also dass im Gehirn vielleicht ein Impuls kommt zu staunen, zu sagen, ja wie kann denn aus dem Gematsche und aus den Stieren und aus den Rissen so eine realistische, also vermeintlich realistische Präsenz entstehen. Und wenn man von Weitem die Bilder sieht, dann wird man nicht auf die Idee kommen, dass sie so aufwendig, materialintensiv gemalt worden sind. Vielen Dank. Vielen Dank.